Willkommen zurück zur dritten Folge von Speck of the Line. Wir sind gerade hier in dem Hotel ganz unten und suchen unseren verschleppten Kameraden. Hier unten gibt es Zivilisten. Mette Bude. Seht ihr diese Scheiße? Seidenvorhänge, Tafelsilber, Kristallgläser. Scheiße, die haben auch ein Piano? Ich hab den falschen Job. Lugo, still. Sorry. Oppala, sorry, ich musste mal niesen. Ach du Scheiße. Oh Gott, diese Soldaten wurden massakriert. Nein, sieh dir die Anordnung an. Das war eine Exekution. Wie die Kabuler Todesschadronen. Scheiße. Ja, scheiße. Boah, das sieht echt hilfisch aus mit dem Schattengang. Hier ist wer. Folgt mir und seid leise. Wir machen so weiter, bis sie mir sagen, was ich wissen will. Wie viele Soldaten sind beim Wasserdepot stationiert? Halten Sie sich ran, Agent. Die 33. ist schon unterwegs. Die Damned wird sie nicht retten. Als die Damned desertiert ist, hat sie ihre Eier verloren. Idiot. Hier wäre es friedlich. Hätten Sie nicht die Leute aufgestacht, wieder Soldaten zu töten? Habt ihr gemeint, wir wehren uns nicht? Wir hatten es gehofft. Die CIA fängt nichts an, was sie nicht beenden kann. Das könnt ihr jetzt beweisen. Ich sag nämlich gar nichts mehr. Nein! Was? Nicht feuern! Die Waffe runter! Sehe ich so dumm aus? Nein, und deshalb werden Sie die Pistole woanders hinrichten. Nehmen Sie erst Ihre runter. Daraus wird nichts. Haben Sie einen Namen? McPherson. First Lieutenant. Sie? Walker. Captain. Wir fanden Ihren Freund im Flugzeug. Er sagte uns, wo wir Sie finden. Ach ja? Wo ist er? Er hat es nicht geschafft. Wieso wundert mich das nicht? Denken Sie, wir haben ihn getötet? Hab ich nicht gesagt. Sie sagen überhaupt nicht viel, Lieutenant. Artikel 4, Captain. Sprechen Sie mit meinem Commander. Und wo ist er? Im Moment ist er vermutlich unten. Ja, bestimmt. Warten Sie doch hier. Ich hole ihn. Er holt ihn eh nicht. Check die Leiche. Das verlorene Batterie. Er lügt nicht. CIA-Maten. Scheiße. Das hat uns noch gefehlt. Okay. Interessant. Verdammt. Alles CIA-Zeug. Du hast wohl anscheinend dir versteckt. Zivilisten als Schutzschild nehmen? Nicht gerade eine heldenhafte Taktik. Ist normal für die CIA. Geht das? Ja, aber weh. Best Soldaten zu killen, nicht. Ich kenn die nicht, aber sie sind von der CIA. Wer sollten die sonst sein? Die kennen unsere Order. Pass auf, Mann! Ziel ist ja schlecht. Ah, ist getroffen! Ich muss nachladen! Gib mir Deco! Komm nicht hin! Das waren Soldaten. Welche von uns? Es war not fair. Das macht's auch nicht besser. Soll's auch nicht. Wir können jetzt mal wieder die Waffe wechseln. Geh zurück! Ah, ah, ah! Sonne ist Tageslicht. Das ist unser Ausgang. Los! Gehen bleiben! Hören Sie sich selbst ein. Geh zurück! Feuer, Erlieder! Sie töten uns, wenn wir sie nicht töten. Los, feier! Los jetzt! Hey, töten Sie! Alter, wir haben uns voll. Oh, man muss voll. Oh, ich sollte vielleicht nicht immer so offen. Jetzt bin ich am Arsch. Ey, das geht... Er ist da nicht rüber gesprungen. Warum springt der da nicht rüber? Mann! Ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist unser Ausgang. Los! Ja. Ja. Oh, ey, das ist so kurz vorgesinnt. Miss! Miss! Feuer, Erlieder! Das sind Soldaten! Die töten uns, wenn wir sie nicht töten. Los, feier! Ich hab einen! Hier lebt er noch? Die Hinterkunft! Sicher ist sicher. Hüpft da rüber! Er hüpft da nicht rüber. Scheiße, sagen euch die Worte? Friendly Fire irgendwas? Herrgott, wir sind nicht, wenn er es hier... Wir sind nicht, wenn er es hier... Vorsicht! Kein Nobel vorrücken! Ich bin fast leer, muss nachladen! Ja, ich bin leer. Was war? Brücke vor! Scheiße, AK, die will ich nicht haben. Ich geh rein! Nein! Verdammt noch mal, ich will überprüfen! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Nach echt, wer? Prüf die Feuerrate! Jungs, Mensch, wir sind da! Wir sterben, wir will die Fliegen! Nein, bleibt ruhig! Geht auf den Typen mit der Schrockblende! Kavater! Augen auf! Da kommt eine Schrockblende! Hinterher! Blender! Vorsicht, Predator! Oh, das war knapp! Jungs, wir sind... Wir sind in einem Team! Mensch, Jungs, wir sind in einem Team! No arms in the camp, pass! Scheiße! Nein, über Bilder! Missing, Missing, okay! Wir müssen weiter, bevor noch mehr von denen auftauchen! Noch mehr amerikanische Soldaten? Deserteure! Und was machen wir? Wenn wir was tun wollen, müssen wir John Conrad finden! Was bringt das? Du sagst doch, die sind desertiert! Conrad ist zu Pflicht bewusst! Die 33. mag desertiert sein, aber der Colonel hätte da nicht mitgemacht! Was macht dich so sicher? Weil ich den Mann kenne! Mach das mal auf! Kein Problem! Nein, bitte! Ich will nicht sterben! Die 33. treibt Zivilisten zusammen. Wieso? Oh, shit! Sie werden alle töten! Wir dürfen uns nicht zulassen! Tun wir auch nicht! Dann nichts wie runter da! Tempo! Ich weiß, viele von euch stellen sich jetzt die gleiche Frage. Warum? Nun, ich möchte euch dasselbe fragen. Es gab keinen Grund für all das. Es herrschte Waffenstillstand. Ihr habt ihn gebrochen! Ihr habt die Chance, euch zuhören! Ihr wolltet nicht! Wieso? Wieso habt ihr das gemacht? Ihr wolltet es so. Nicht wir! Das einzige, was ich euch anbieten kann, ist ein Lieber. Und man, ich will nicht gegen euch campen. Wir sind doch... Wir campen alle fürs selbe Land. Äh, die Taste wollte ich. Da kommt. Ein Granätchen, ein zweites Granätchen. Ein Mannarmee! Das ist jetzt steuerhaft. Ja, kann ich auch noch mal sehen. Drückt das sofort! Sie bewegen sich! Der kommt aus der Deckung! Ziel an Boden! Feinden ausgeschaltet! Lade nach! Gib mir Deckung! Aufpassen! Da kommt eine Schrockenflitte! Sooo... Hier wird es ja nicht mehr die Waffe. Oh, hüpft er runter. Wie viele sind das? Tango ohne Neko, der will den Helden spielen. Okay, hab ich. Ich will nie mal den Helden. EXEKUTION! Verdammte Scheiße! Vorsicht, das MG da unten wartet auf uns. Adios. Adios, Muchacha. Ja, auch ein Witzner. Ich bin ein bisschen Munition hier aufzuholen, falls wir das nicht da haben sollten. Wo denn? Ach, da unten. Ja. Tango ohne Neko, der will den Helden spielen. Hier, fang! Scheiße, die Kerle, gib nicht nach! Adios! Ja. 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 Ja, der ist. Ja. 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 jetzt in ihr und ach ja kontrollpunkt erreicht ich habe keine moni mehr scheiße 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 die kerle gibt nicht nach FRAZE! Nichts möglich! Lade nach! Wer ist hin? Feuer auf mein Ziel! Geil für Fein an! Aaaaaaah! Mann! Ey, dieser scheiß Muni, ne? Das ist echt brutal mit der Muni. Da muss ich ein bisschen dran denken. Das ist, um in der Call of Duty, der Battlefield-Sex, da hast du so 10.000 Schuss einfach und hier, es ist schwerer, aber es ist vielleicht auch nicht mehr. So, jetzt wünschen wir hier rühre, nein. Zeit ohne Settung! Feuert auf mein Ziel! Kaffee! Wir stecken fest, schalten Sie aus! Achtung, Feind! Uh! Er ist einfach wieder aufgestanden. Er kommt aus der Deckung! Er wird ungedeckt! Halt dich, Blöcke! Ah, lalala, ich hab noch einen Schuss, ich hab noch einen Schuss! Er ist einfach wieder aufgestanden, ich hab noch einen Schuss, ich hab noch einen Schuss, ich hab noch einen Schuss! Ja, halt dich noch so ein bisschen hin! Pauz! Diese Scheiß, scheiße einfach, ne, abtahmen! Habt den Wichser! Aufrücken auf diese Position! Los, los, los! Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Heim im Anmarsch! Er ist ungedeckt! Meier weniger! So, wir müssen jetzt... Oh, wir duch 90...? Ich schies auch das Fensteraaaaaaaaaaaaaah! Wow. Wüstenstaum, würde ich sagen. Puh. Da braucht man keinen Dolmetscher mehr. Was sagen Sie jetzt? Wir wollen, dass wir abhauen. Wir sollten verschwinden, weil die Leute trauen lassen. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Kommt. Alles okay, Walker? Du bist so ruhig. Ich denke nach, was wir jetzt machen. Willst du uns deine Gedanken mitteilen? Tja, nach Lage der Dinge glaube ich, es gab Kämpfe innerhalb der 33. Naja, und die Sieger? Beschlossen zu bleiben und es dabei zu übernehmen. Klingt nach Chaos. Ist es auch. Die CIA war wer weiß wie lange hier, um aufzuräumen. Lang genug, um zu wissen, was in dieser Stadt vorgeht. Auch was mit Conrad los ist? Genau. Wenn wir die CIA kontaktieren können, finden wir auch Conrad. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name, der ihre Einheit. Echt denn? Ja, ich. Gut. Was wollen Sie und Ihre Männer in Dubai? Herr Berndt. Schufen nach Überlebenden. Okay. Er sagt wohl die Wahrheit. Das reicht, Lübe. Ja, Sir. Kannst du das Signal orten? Schon passiert. Kommt von da drüben. Kommt von da drüben. Jetzt wissen wir, dass ein Agent noch lebt. Sogar mehr als einer. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst ein Köder? Wir beißen an. So, wie es weiter geht, dann sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Like und Abo nicht vergessen. Bye. Bye. Vielen Dank.